Der Golden Fingers. Da haben wir sie reingestoppt. Geil. Geil. So, 15 Freispiele. Sauber. Und dann soll es mal ordentlich scheppern hier. Wo bleibt denn der? Penalty-Kings ist er. Penalty-Kings. Da ist er. Drei Bälle. Ja. Eins, zwei, drei. Gut. 90-Taggen mal mitgenommen hier. Weiter geht's. Ab in den nächsten Spin. Jetzt aber. Nochmal einer. Super. Nochmal 90-Taggen oben drauf. Komm jetzt. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Der wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Mensch, ins Kina her. Du lieber ihn. Nightwolf sich, Nadine. Spiel immer. Kein Problem. Penalty. Boah. Letzter Spin. 360 Euro. Dollars. Sell rum. Und weiter. Die Golden Fingers. Gleich wieder nachgestoppt. Kann das. Kann das sein? Schon wieder Freispiele. Kann das sein? Ja. Wie heißt denn heute schon Weihnachten? Ja. Geil. Oh. Oh. Ich muss ein schönes Win hier. Schönes Bildchen. Schade, dass wir keinen Penalty-Kick mit drin haben. Ich glaube, das steht dann ordentlich noch Schepperhörbe drauf. Was gibt denn das da? Was immer? 8x30, 240 Tage, oder? Sauber. Schönes Win. Kann man was mit durchfangen. Oder gefehlt, wie das ist. Na? Jetzt aber. Nochmal 120 mitnehmen. Schön. Weiter geht's. Letzter Spin. Trainer noch einmal durch. 24 Tage. 486. Knappe 500. Super. Knappe 100x hat er bezohlt. Hier. Absolut nicht schlecht. Gericht. Gut.